So 321 willkommen zurück bei Conan Exiles. Wir sind jetzt in der zweiten Folge. Ich bin gerade hier im Menü und möchte etwas bauen. Zum Beispiel ein paar Hosen. Dann gibt es hier noch eine Tunika. Kohlleder? Nein. Handwickel? Ein bisschen Verteidigung ist vielleicht nicht verkehrt. So und dann werde ich sagen eine Axt zum Bäume fällen. Wäre nicht verkehrt und eine Steinpickel um Steine zu klopfen. Ich glaube das reicht erst mal. Ich gucke gerade die ganzen Menüs an. So. So. Pflanzenfaser sammeln. Das ist immer gut. Wir laufen mal durch die Büsche. Auch noch ein paar. Hier war noch ein Ast. Hier ist ein Ast. Jetzt kann ich die Dinger hacken. Sie werden optisch verletzt aber es passiert nicht viel. So. Hopp hopp hopp. Ein paar Steine sammeln. Wobei Steine klopfen. Da hatten wir doch hier die Ficker. Hier sind jetzt alle gesammelt. Wunderbar hier. Steine hatten kann ich schon mal. Pam, pam, pam. Wow. Krass. Kriege ich das kaputt? Nein. Ich glaube Steine habe ich jetzt mehr wie genug. Da oben. Sieht so aus wie Bäume aber wir bleiben erstmal hier auf dem Weg. Da vorne kommen ja auch ein paar Bäume. So. So. Und hopp hopp. Hopp hopp. Hopp hopp. So. Gehen wir noch ein paar Bäume. hast du hast du hast etwas entdeckt zerstörte brücke okay das ist jetzt gut eine zerstörte ja die ist wirklich kaputt da unten laufen fiesch da rum gut am Okay, jetzt gekämpft. Alter! Hau ab! Wie bitte? Ey, wieso greift ihr mich an? Hilfe! Hilfe! Sind das andere Spieler? Nein, oder? Okay, die haben richtige Waffen. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Wo ist die Leiche von dem Typen? Lass mich doch mal in Ruhe hier. Keine Aussage mehr, ne? Geil! Wow, wow, wow! Was war denn? Du kleiner Spinner! ich höre schon wieder was pullen ach komm verschwindet doch mal hier genau haut euch gegenseitig ich muss weg ich muss weg es bringt nichts ich bin so im eimer gut sie laufen weg regeneriert sich geil sollte ich mal gucken kapitel 1 essen zum sieg klettern inventar attribute verfügbare punkte vitalität stärke beweglichkeit belastung belastung ist auch gut so hätten wir das ausgegeben talente dekoration überleben waffen jagdbogen setzen wir mal ein bisschen auf bogen schießen lagerfeuer wäre vielleicht auch nicht verkehrt was gibt es denn hier noch dekoration überleben sandstein fundament was ist das eine holzkiste verfügbar ein punkt noch aber ich glaube das war's effekt angriff reise klan ich werde mal jetzt hier irgendwo ein feuer machen das ging hier drüben lagerfeuer herstellen so und das dekorieren wir mal platzieren rp so lagerfeuer öffnen ich möchte holz 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 name nach gewicht individuell geben achso geben rt ja komm holz holz plus fleisch ok fleisch 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 tierhaut sam ok sieht schlecht aus wir können wohl ähm hm 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 warte schlange herstellen pfeiler stein schwert oder was ist das stein keule warum geht das nicht ass zwirn herstellen 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 hasen faser zyren sieben zwirn nicht das schwert geht aber so dann legen wir mal das schwert an so und jetzt kriegen die mal richtig ärger es war das essen 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 gleich das ist sehr feuer läuft sie haben nicht entdeckt diese pfeife alles blünder alles blünder ja hat sie dann scheiße hatte doch mal ab bis ich irgendwie was gegessen habe oh oh so dann plündern wir dich mal da ist nichts zu kündern so gott käfer essen ist noch ein warum höre ich das hier genug wenn ich hier was machen ja da so so jetzt werden die mal noch gelootet hier tierhaut hier noch irgendwelche tiere die ich mir suchen kann zum essen drüben sind auch zwei ich möchte noch mal versuchen hier mein fleisch zu kochen am lagerfeuer da hinten war schmackhaftes fleisch brauchsobjekt lebensmittel vergiftung na geil wollt ihr mich denn geben 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 alles nehmen nein brennstoff individuell wo ist dieses fleisch menschenfleisch geben so na ob muss ich noch kurz hier probieren so geht es das geht mit maus wesentlich besser pflanzenfaser holz stein tierhaut hast samen hause stopp zurück 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 so und raus da nein das sollten wir nicht das wollte ich mal gucken schmackhaftes fleisch schmackhaftes fleisch stopp hölle was haben wir uns vergiftet ich muss schnell fleisch essen benutzen ist was okay geil wir sind gestorben da können wir auch mal die folge wenden ich sag tschüss und ciao bis zum nächsten mal bei conan exiles tschüss ciao bye